willkommen liebe clasher bei mir im torsen kartoto beim clan to warriors ja heute mal querbeet clash of clans also heute mal so ein bisschen alles von allem ich werde in jedem fall jetzt gleich beginnen mit einem klankriegsangriff ich wechsel schon mal aufs tablet und dann sehen wir uns von da aus wieder ich wollte gerade sagen jetzt kommen die weisheiten des cookie der hier ganz ganz spät erst angreift ich meine ist er hat sehen und hat sicherlich jetzt auch länger gewartet aber wir gucken einfach rein ich bin gerade so aufs tablet gesprungen und bereite ja mein angriff so ein bisschen vor und da gucken wir mal was ich sagen muss das kann ich euch mal technisch verraten ich habe überhaupt keine wlan disconnects mehr hier an meinem an meinem tablet ab und zu mal hatte ich dass das wlan hier ganz tot war am tablet da muss ich wirklich neu starten und ich habe aber seit geraumer zeit ein kleines tool drauf das vielleicht stelle ich euch mal vor ich habe da entwickler kontakt und er hat mir er hat mich gefragt ob ich die app vielleicht mal vorstelle in deutsch nämlich der sucht jemand der das in deutsch macht und ich würde dann bei ihm irgendwo in der beschreibung in der in einer video beschreibung auftauchen weiß ich noch nicht ob ich das mache wir haben jetzt erstmal kontakt haben schon ein paar mal e mail hin und her geschickt wie das ganze aussehen kann aber ist ein ganz kleines winziges tool ist eine ganz kleine app eine billige also wir bitten nicht eine billig app umsonst app ohne werbung ohne alles und scheinbar macht die das richtige habe ich so ein bisschen das gefühl jetzt habe ich hier aber die verbindung verloren aber sicherlich nicht ich sondern irgendwo ja das habt ihr bestimmt manchmal auch wenn ihr irgendwo als zuschauer da seid guck mal wir sind da oben fünf stück dass das manchmal abbricht denn wenn ich hier raus gehe seht das ich kann auch ganz normal raus gehen also ich habe meine verbindung nicht verloren und kann hier auch wieder rein gehen denn dann hängt das wahrscheinlich immer noch entweder hängt das jetzt beim cookie an es geht weiter es geht weiter dann hat es irgendwo bei super silke hand mal sehen ob seine hocks das hier noch schaffen aber das sieht nicht so gut aus das sind viel zu wenig hocks und b queen ist gleich tot nämlich jetzt und die schweinereiter kriegen hier noch ein bisschen stress mit den skellys da fliegen noch ein paar weg und dann wird das nicht für ein clean ab denke ich mal reichen schade auch also bleibt bei einem stern auf dieser base ist auch der hammer ich habe mich aber auch für einen rathaus 11 entschieden ich weiß es ganz leichter dürfte jetzt nicht sagen oh toto der hat rathaus draußen ja das weiß ich aber er hat er hat es ein stern kassiert und wir wollen wenigstens zweiten stern und also ich als r h 11 schrägstich er hat sehen was ich hier noch bin außer ich habe worden den will ich jetzt auch das erste mal glaube ich jetzt ja jetzt stelle ich das erste mal luft denn ich machen drachen angriff auf die base ich weiß es ist die 4 und die 4 hat dass ihr wisst das ja noch nicht die 4 rathaus draußen und ich weiß auch gar nicht ob das hart verteidigt ist hier außen oder er nicht aber letztendlich ist dass das schwere dann anhand an dieser base die restlichen prozente zu holen und das ist heute noch niemand geglückt ich meine der beauty sowieso nicht als rathaus 8 deswegen gehe ich jetzt mal rein und checke jetzt einfach mal diese base hier ihr seht das was ich dabei habe ich habe zwei blitz dabei denn blitzig immer ein feger ich blitz immer ein feger weg mal sehen ob mir das heute auch gelingt mit dem glaube ich fange ich auch einfach mal an da ist er so dann ist er schon mal weg weil der stört mich so ein bisschen an der stelle der andere feger steht nämlich nach da und deswegen kann ich hier ganz piano eigentlich mit meinen truppen reingehen okay da hinten wird es ein bisschen problematisch denke ich mal aber ich glaube wir prügeln uns hier jetzt mal mit king und queen durch hier kann man ruhig schon mal ein lakaien setzen und wir holen uns einfach mal das rathaus mit unseren king und unserer queen ich weiß dass da ein tesla war da oder zwei sogar boah hat verteidigt aber das ist nicht so schlimm und wir ziehen hier jetzt einmal den king das haben wir doch nicht so geschafft wie es eigentlich wollte aber so sieht das jetzt ganz gut aus glaube ich und der drachen oder die drachen werden das in jedem fall machen also hier ist mein funnel hier sind meine lohn noch ein drachen noch von da und ein paar lohn von hier und dann soll das hier jetzt mal losgehen mit den borden jetzt muss ich mal eben schauen dass ich jetzt auch meine wut zauber hier passend nehmen und vielleicht auch schon mal ein bisschen die klanburg hier so ein bisschen nehmen ich muss sagen ich weiß nicht genau ja 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 fünfer drachen ok die firma dran sind vielleicht doch nicht so gut aber egal wir haben jetzt erst 39 prozent bohr noch eine falle da kannst du vergessen kannst du knicken aber wir holen uns die restlichen prozente vielleicht noch müssen wir mal schauen denn wir haben hier noch so ein bisschen nein der wort liegt ja nein nicht der wort der adler dann nehmen wir hier noch mal den superwut und vielleicht das lager gucken wir mal mal sehen wo schießt er jetzt hin okay er schießt jetzt erstmal nach da und dann ist jetzt da hinten mein ach schade da ist jetzt mein lakai dran und der zweite lakai auch also selbst ein elfer schafft auf diese base hier keinen stern ich bin hier nicht durchgekommen also hier gibt es echt nahenlos feuer in solchen bases auch für so starke so starke drachen ich habe fünfer drachen keine sechser drachen hätte vielleicht ein hund mit in die clan book nehmen müssen aber sind halt nur 45 46 prozent geworden kannst du nichts machen ist nicht so schlimm ist bei einem stellen geblieben und ich finde es jetzt an der stelle nicht so schlimm ich habe eine zweite armee schon vorbereitet für etwas hier hier drunter ich denke mal es wird der 10er werden also der 10er hier oder der 10er ich weiß es noch nicht genau aber ich lasse jetzt eben mal die helden bisschen recken muss ich sie buschen ich muss sie nicht pushen ich kann sie ganz normal auslaufen lassen und dann nutze ich mal gleich gegners armee zum angreifen also bis gleich willkommen liebe klächer zurück in meinem dorf und dunkle wolken ziehen über diesen clan hinten hinüber denn wir haben die neuner hier nicht geschafft aber uns fehlten auch satte vier mal rh9 angriffe hier an der unteren stelle und das hat schon ein bisschen böse weh getan und teilweise haben wir dann auch zähne auf die neuner gefällt ich hoffe ich werde jetzt nicht auf die nummer 13 fehlen denn ich habe gar kein konzept wie ich diese base schaffen soll selbst als elfer also als 10er mit worden so muss ich es ja immer sagen aber ich denke ich gehe hier an der heikelsten stelle einfach mal rein und dann gucken wir mal was an was in dieser base jetzt passiert also die heikelste stelle denke ich mal ist hier hinten beziehungsweise die geht ja noch denke ich mal aber ich glaube es ist diese stelle hier 1234 so denn hier muss ich schon mal richtig meine queen heilen denn die kriegt so ein bisschen beschuss hier und ich habe mir jetzt extra mal diese armee hier ausgesucht denn die ist ja eigentlich für ein zehner oder elfer gemacht aber ist nicht so tragisch wir nehmen die ruhig als 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 13 hier mit beziehungsweise als als elfer hier mit so ich hoffe jetzt dass die jetzt links rum geht denn ich muss jetzt mal schauen wo ich hier meinen nächsten pfanne schlage ich glaube es ist hier so oder machen wir das mal hier und schicken jetzt mal so ein paar baule hier mit rein meine queen kann hier erstmal bleiben denke ich mal und ich schicke jetzt alles letztendlich mal mit in die waagschale rein worden hier hinter worden nein ich krieg den worden nicht raus meine herren habe ich den worden da nicht raus gekriegt ja ist nicht so schlimm denke ich mal dann müssen wir hier mal rüber springen jetzt mit der meute hier jetzt kommen hier noch wohler hoffe ich mal ich hoffe mal dass da noch wohler kommen ja ja die latschen aber echt alle scheiße hier kann man nicht anders sagen und mal gucken ob mein king und meine queen das hier noch reißen können aber sieht erst mal erst mal sieht es ganz gut aus und gucken wir mal dass wir hier jetzt schon mal den king hier hinten zünden was haben wir hier oben in den ecken noch ja die ecke darf ich auf gar keinen fall vergessen an der stelle und so wo müssen wir denn noch ein bisschen was tun wo müssen wir noch so ein bisschen was tun wo können wir hier noch so ein bisschen was was reißen ich denke mal da hinten geht der pecker und ja das war es auch mit der base hier also ich glaube das ist ganz ist ganz gut geworden naja was heißt gut wir wollen es mal nicht beschweren hier und ich denke mal die truppe hier ist in jedem fall in ordnung so oder machen wir hier noch den bogenschützen rein und hier giften wir noch den bogenschützenturm mal gucken ob es das bringt bringt leider nichts aber wir haben hier den letzten stern aus dieser erneuen base geholt auch wenn es ein krampf und chaos war mir gefällt die armee ich fahre mir da gleich auch noch mal einmal mit auf den rathaus elfer denn das sah ganz gut aus dass es eine armee vom gegner damit hatten der gegner natürlich mit viel besseren truppen also vom level her besser heute bei uns ein dreier geschafft und ich denke mal die kann man in jedem fall gebrauchen mal sehen ob der fiefur jetzt noch die letzten sterne hier holt aber einer mehr hier traurig aber war ich trainiere genau diese armee jetzt einfach noch mal nach und dann sehen wir uns gleich zum fahren angriff wieder so tauffrisch kriege gerade eine frage hat die th 11 war base gehalten die ich dir empfohlen habe ja ich habe im moment nur eine einzige gebaut von den zuschriften die von euch bekommen habe also da ich ja so fauler base bauer bin habe ich noch keine zweite und dritte cw base gebaut also das sieht mir nach aber ich werde welche von euch nehmen und ich blende immer kurz ist ja immer so und einige haben es noch nicht gemerkt dass ich niemand im moment in meine friends list rein lasse aber macht es ruhig weiter wenn es euch spaß macht dann macht es mir natürlich auch spaß und wir können mal reingucken hier in meine war base wie gut sie gehalten hat oder wie schlecht sie gehalten hat also sie hat auf jeden fall drei stück kassiert vom max out r11 und ich muss ich muss heute abend auch wieder so ein bisschen ein bisschen schmunzeln hier denn der gegner hat angefangen ab nummer fünf bei uns auch aufzufüllen ja also so so gut waren die kann man nicht anders sagen und da war nix engine hier da drüben also so ein bisschen vielleicht aber die waren trotzdem sehr sehr hoch gerankt hier die 10er und 11er und von daher hat sie ein bisschen gehalten ich blende sie euch mal kurz ein vielleicht findet sie ja einer von euch wieder ich weiß nicht genau von wem es ist das design hier aber dieses design habe ich im moment genommen und das hat auch schon gedefft also so ist es nicht hat auch schon mal nur ein stern kassiert oder mal nur zwei sterne kassiert aber heute bin ich damit vom siebten hier mit max truppen überrollt worden naja ist nicht so tragisch und ich habe jetzt noch mal meine armee so ein ganz kleines bisschen umgebaut hier zum fahren denn ich hatte ja gesagt ja eigentlich muss damit muss ja ein elfer drin sein ich weiß es nicht genau ob damit ein elfer drin ist und ich weiß auch nicht ich weiß es passt ja nicht jede base zu jeder truppe und das ist ja random search hier also hier ist ja mehr oder weniger alles drin und ich brauche ein bisschen elex warum erkläre ich euch gleich und deswegen suche ich einfach mal ein adäquaten gegner für uns jo der ist genau richtig für uns der ist nämlich max hat die dinger hier auf harte hat die off single stehen ist doch nicht so gut naja dann finde ich immer mal wieder so ein also der ist jetzt noch nicht ganz so leer geballert ist natürlich ziemlich leer geballert aber den kann ich hier nicht stehen lassen leute den kann ich nicht stehen lassen und der hat hinten der 40er queen am rumhempeln ich würde sagen die schalten wir mal als erstes aus mit einem schnittigen queen walk direkt hier über die queen seite ich weiß gar nicht warum ich jetzt sechs heiler dabei habe ja ja ich schütze 6 heiler ich weiß es ich habe zu wenig bowler und damit mir die queen jetzt nicht gleich abdünkelt muss ich jetzt erstmal die heiler schon mal ragen hier denn die bogenschütztürme sind richtig tief mal angesiedelt hier aber ich erwarte jetzt auch nichts in der klanburg aber die 518.000 elixir die kann ich mir einfach nicht gehen lassen und da die queen jetzt sicherlich diesen weg weiter geht würde ich sagen machen auch elf mauerbrecher elf mauerbrecher toto geiz nicht mit maure jetzt weiß ich auch was an der armee verkehrt ist aber ist nicht so schlimm die mama trotzdem dann ziehen wir hier mal unseren king hier mit rein wir nehmen hier die hexen mit rein und wir nehmen auch die bola mit rein so jetzt hat der hat einmal geschossen ein paar mauerbrecher noch mehr heiler hier und ruhig unsere klanburg plus den borden dahinter den habe ich jetzt auch auf boden wieder stehen ja sagt das sagt mir das bloß nicht sagt mir bloß nicht dass der auf luft eben noch stand vom angriff das war nämlich nur von meinem ersten ck angriff hier und mal sehen ob da jetzt nicht war so ein bisschen geht hier schon mal rein in die mitte jawoll ich meine deine mitte da kann ich die jetzt laufen lassen da ist kein beschuss in mitte 0 beschuss das ist auch krass immer dem baby drachen gesetzt dass hier meinen pecker und der worten noch ein bisschen weiter gehen wie sieht es da hinten bei meiner queen aus auch noch ganz entspannt jetzt wird es in der mitte natürlich spannend mit den vier tesla hier die werden die sind natürlich nicht leer gar keine frage aber ich lasse erst mal laufen und gucke mal wie weit wir hier mit diesen truppen hier kommen hier gehen wir mal den hut rein in die pecker das kann nicht verkehrt sein aber hier hinten guck mal die hexe und der eine bola die regeln hier richtig krass ab kann man nicht anders sagen jetzt mal eben die fähigkeit von worden gezündet um den king noch mal vor bitteren zu schützen hier und da haben wir hier hinten keine chance nicht keine chance die tesla gegen die truppe hier das ist schon ja schon nett okay das weiß er war ohne ja ohne alles hätte ich fast gesagt aber ich kann ich konnte mir nicht entgehen lassen jetzt es hat mir auch keiner zugeguckt weil meine friends ist nämlich richtig schön ausgeräubert wurde an der stelle also die habe ich mal richtig leer gemacht und dann ist das hier noch mal ein schöner sieg ich bleibe im moment hier oben ich weiß noch nicht ob ich runter geht zum farm und ich runter geht zum farm aber das natürlich krass hier mit 551 165 tausend und dann noch mal den 200.000 bonus drauf das konnte ich mir nicht entgegen lassen ich hätte fast gesagt per lauter frust weil der angriff hier so so schütte war war aber gar nicht bauen wir die armee hier noch mal nach also mit den vier wo zaubern hier ein sprung zauber dann haben wir ja jetzt haben wir natürlich hier vier heiler eigentlich was ist hier denn jetzt eigentlich zu viel eigentlich ist eigentlich ist hier nichts zu viel sondern eher zu wenig denn mir fehlen hier mauerbrecher sowie hat neben sechs stück mit was haben wir denn dann noch gehabt wir haben noch ein highlight ein heiler dabei gehabt so passt es nämlich jetzt wieder also ein zwei drei vier fünf feiler nachgebaut zwei pecker einen von denen hier 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 so müsste das eigentlich erstmal passen dann so einer war dabei 1 2 3 4 5 6 ja passt wieder passt wieder 480 und dann sind wir gleich schon wieder ein start in zehn minuten aber von lauter frust hätte ich fast gesagt mal kurz mal ein ausruf ins nachtdorf ich habe mittlerweile jetzt ihr seht dass ich habe nichts im ausbau und meine cracker sind fertig geworden ich weiß noch nicht was ich als nächstes weiter mache ich muss jetzt erstmal ein paar tage was in mein gold lager rein fahren und habe jetzt aber bald die nachttexten schon auf fünf mal sehen was damit so geht aber im moment ärgere ich mich natürlich ich ärgere mich auch wenn das ein frischer ich weiß das ist ein frischer rh7 oder bh7 hier mit seiner 1er kanone und seinem wirklich mageren mit der mageren luftabwehr hier wo sofort mein drache rauf geht ich weiß auch nicht aber die gehen da immer irgendwie sofort drauf und letztendlich ziel ist natürlich dass das wir hier vorne die kanone irgendwo schaffen und ich muss sagen am tablet spiegelt sich nach wie vor am besten echt kann man nicht anders sagen denn das multitouch bringt hier unheimlich viel ab das gerade gesehen beim beim setzen der der mega mutanten hier jetzt komme ich zwar da habe ich gar nicht drauf geachtet dass daher die tonne ist naja ist nicht so schlimm und mal sehen ja das sieht noch ganz gut aus dann wird die jetzt daher gehen das ist zwar ein 6er oder schon ein 7 mal gucken die geht aber so richtig schön rein hier die maschine geht auch manchmal echt einen komischen weg warum geht die jetzt erst auf den tesla und nicht erst auf den bogenschützenturm der war viel näher dann werde ich nehme ich jetzt nicht hier am zerschmetterer und würde jetzt platt gemacht werden vielleicht kann mir das ja mal einer sagen ich meine ich habe das gerade gesehen die geht auf den bogenschützenturm zu und geht dann trotzdem zum zum dahinter liegenden gebäude also irgendwas tickt in dieser maschine auch nicht ganz richtig und ich glaube ich lasse mal für heute sein wir gucken uns mal an wie wir hier treffen wir haben gar nicht geteft tolle wurst naja dann lassen wir das noch mal für heute oder alle kommen zehn minuten hier neun minuten gönne ich mir noch ein machen wir hier noch zum querbeetmixier von clash of clans ich werde auf jeden fall in irgendeiner ausnahme aufnahme aufnahme sein wenn hier morgen abend mein labor fertig ist denn eigentlich müssten nach adam riese und wie heißt es immer nach adam riese und es der schweiz müssten das hier in jedem fall müssen die fertig sein vielleicht nach ein oder zwei mal ausloggen ich werde es auf jeden fall aufnehmen für euch weil das ist eine ausnahme situation hier das ja eher selten dass man dann auch direkt online ist wenn das dinge ausläuft und da dringend laufen noch truppen mal gucken wie lange die da noch brauchen aber plan ist eigentlich für morgen ihr seht dass meine bobs sind ja immer noch hier unterwegs und mein plan ist eigentlich morgen mit dem bauarbeiter der fertig wird und es wird noch einer fertig morgen wo ist er da da ist er vom x bogen der wird also auch fertig habe also zwei bauarbeiter frei einer geht natürlich in dies lager rein gar keine frage das muss noch hoch und den zweiten habe ich eigentlich gedacht machen wir eigentlich in borden hoch oder viereinhalb tausend viereinhalb millionen mal gucken ob ich mir das nicht gerne denn ich habe immer noch games über von meiner game aktion beziehungsweise von der kauf aktion weil ich nämlich aktuell im ck bin und das entscheide ich mal kurzfristig wie ich das ganze regeln kann mal schauen wie da auch der gegner aussieht aber ich kann mir schon vorstellen dass das ding auf 6 jeder mich sowieso blank weil mit dem restlichen gold habe ich eigentlich echt vorher die mauern zu machen meine treasury wird heute hoffentlich noch voll denn wir haben jetzt noch ja wir haben jetzt noch gut ein angriff hier vor uns und der soll uns auf jeden fall die treasure hier füllen also auch das ding machen wir uns richtig voll ich werde sicherlich noch einmal abgefahren bin im moment relativ hoch in champions 3 ich weiß hört sich hört sich hört sich hört sich nicht hoch an champions 3 für r11 hh aber hier wird man doch schon das ein oder andere mal denn doch etwas stärker abgefahren musste ich feststellen habe schon 5000 8000 dunkles verloren hier und will natürlich morgen abend auch meine bowler anstoßen also auch das werden wir denke ich mal nicht vor verpassen ich bin noch mal so richtig blank und ja dann könnte es sein dass dann die zeit gekommen ist wo ich mich mal kurzfristig wieder so ein bisschen in kristall rumkobolde mal schauen ich habe übrigens mitbekommen in den kommentaren teilweise dass euch farm folgen eigentlich ganz gut schmecken wow ihr seht dass ich habe ja wieder ein bisschen vorgespult was ich alles hier so weg drücke aber schon wieder so einer ich habe aber auch ein pech heute ich kann keinen richtigen ck angriff machen hier denn ich finde nur diese abgefahren typen hier beziehungsweise diese stillgelegten basis ist auch ein bisschen doof aber egal der hat trotzdem die fans so ist es ja nicht er hat ja trotzdem die fans auch wenn da in der mitte das da schießt auch wieder nix die queen killen wir uns irgendwann mal am ende aber der hat schon eine ganz nette der vier also eine r10er def ist das in jedem fall und ich würde sagen wo kann man denn eigentlich immer gut mit dem queen block beginnen das ist auch mal schwierig zu sagen aber ich würde sagen wir gehen hier mal rein 1234 mit vier heilern das geht schon mal so ein bisschen beschossen muss auf jeden fall ein bisschen aufpassen meinen worden will ich mal sparen für die andere meute dieser truppe und entschuldigt bitte dass er ab und zu mal ins mikrofon schnaupe denn ich bin ja es kann mich angesteckt ich bin noch ein bisschen verduppelt und mache deswegen ab und zu mal und weil ich das von von links mache ins mikro jetzt während der aufnahme denn mein tablet steht ja so ein bisschen leicht versetzt von mir der ein oder andere kennt das ja aus meinen live streams so wo gehen wir jetzt eigentlich hin wo wo wir denn eigentlich die queen die ganze zeit hin ok dann geht ich dann geht die nach da ja jetzt muss ich ein bisschen auf meine queen glaube ich aufpassen vielleicht muss ich sie noch mal da muss ich noch mal ragen ich muss sie nicht noch mal ragen ok ich muss die nicht noch mal ragen denn es wird zeit hier mit der pecker meute zu kommen hier dann immer einfach den highlight jetzt schon mit rein 123456 sechs mal unsere mauerbrecher worden dahinter und hier die meute geschickt so ich habe wohler in der klaren burg um das ganze so ein bisschen lebensecht hier nachzustellen und die sind ja richtig weit durchgegangen super die sind richtig weit durchgegangen hier und dann können wir letztendlich auch mal jetzt alles mal erst mal durch muteln hier denn ich will ja auch ein bisschen mehr von der base haben als nur das rathaus ich will ja die ressourcen das rathaus will ich gar nicht und habe auch nur einen sprung ganz bewusst dabei denn der angreifer bei uns im klarkrieg der hat auch ganz bewusst auf ein frost verzichtet das fand ich auch sehr sehr gut deswegen der angst hat mich schon so ein bisschen beeindruckt aber wir haben auch gut über hier dann nehmen wir die auch noch mal in gut durch worden ist noch nicht gezündet ich muss mal gucken wann ich den europäischen hier nehme ich jetzt aber schon mal den baby drachen mit zur hilfe dass der mir die außenlager so ein bisschen macht und ich denke mal wir machen jetzt wir machen jetzt den rest worden gezündet king gezündet queen gezündet also wir zünden die alle mal durch denn so ein bisschen beschuss haben ja denn doch alle alle mal so ein bisschen bekommen aber ich denke die ressourcen nehmen wir ja auch mit und mir hat wieder keiner zu geguckt weil in der zeit der letzten fünf minuten keiner in meine friendslist reingekommen ist und die anfragen in den letzten zwei minuten auch nachgelassen haben also ich denke mal schönes ding jetzt haben wir 7,1 mille auch an elixir jetzt kommt noch ein bisschen was dazu 31 pokis ja ich bleibe erst mal und kann gleich noch mal fahren dass der hammer nur fürs elex muss ich mal gucken ob ich das mache jetzt sind die pötte nämlich richtig voll hier und auch die treasure ist für morgen richtig voll jawoll ich kann mir gar kein schild gönnen glaube ich denn hat auch ich könnte ein tagesschild gönnen ja auch ein tagesschild kann ich mir gönnen mal sehen ob ich das nicht vielleicht sogar mache überlege ich mir ich hoffe die folge hat euch trotzdem gut gefallen ja also ich bin hier voll im plan wenn auch nicht wirklich im ck plan aber ich bin hier so ein bisschen klar und bis dahin euer toto clasht